Willst du mich heiraten? Ja? Ja. Oh. Nein, wir sind schon seit vier Jahren verlobt. Also es ist nichts Besonderes. Trotzdem danke. Ehrlich. Okay, ziehen wir's durch. Hallo. Ich mag deine Eltern, die genießen das Leben. Ja, die genießen es in der Tat. Deine Eltern wissen wirklich, wie's geht. Oh Gott, look at you. Sie sind schnell auch mal zu dritt. Flotte Dreier. Ihr seid solche Langweiler. Hatte jeder schon mal einen Dreier außer uns beiden? Wir könnten einen Dreier haben, wenn wir wollen würden. Na, schmeckt er nicht wie erwartet? Los, trink mir. Mach voll, mach voll, mach voll. Jetzt schnell. Wer ist der Mann? Komm schon. Ihr wagt's wie in Candice Junggesellen. Wow. Das ist es. Ich denke schon, unmöglich. Sie ist sexy, oder? Das ist der Kracher. Ich hab in euren Augen doch nichts Falsches gemacht. Nein. Nein, nein. 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 Ihr wollt das also durchziehen? Ja, wir wollen das echt durchziehen. Ihr braucht jemanden, der euch umhaut. Ich tu mich damit ehrlich gesagt etwas schwer. Hast du Geld hier? Ich hab nur etwa 40. Ich biete Partnermassagen an. Okay, das ist toll. Wir sind heute mal nicht wir selbst. Wir sind keine Cops. Was? Der Gedanke, wie es anders wäre, ist allgegenwärtig, oder? Ich nehm dann eine Kerze und tropfe das Wachs auf unsere... Ich kann das nicht. Wir wollten das hier für uns tun. Nur bin ich grad kein Teil von dir. Was passiert hier gerade? Keine Ahnung.